Nun, wir wissen nicht. Kann man das echt vergessen? Also ja, auch die... Wohin gehen? Äh, Schützen müsste ich aufwerten erst mal. Ah, nun, wir wissen nicht. Ja, euer Feind ist mein Feind. Die holen Steine für ihre Stadt. Vorwärts! Vorwärts! Nur Vögel sind schneller. So, vielleicht mal Heilung. Wir dienen dem Kaiserreich. Ja! So. Gehen wir, mein Teurer! Vorwärts! Jetzt kriegen wir aber unsere Einheiten auch wenigstens Erfahrung. Ja! Also die Schwertkämpfer sind jetzt auch mittlerweile Profi. Vorwärts! Jawohl, Herr! Ist mir eine Ehre. Mit Vergnügen! Mit Vergnügen! Ja! Ich gehe! Ich gehe! Gehen wir! Ist mir eine Ehre! Mit Vergnügen! Ich gehe! Ich gehe! Gehen wir! Zum Angriff! So, ich hab'n Schwertkämpfer verloren, ist allerdings nicht so schlimm. Wingen töten? Jawohl, Herr! Ich gehe! Eure Befehle? Nun, wir wissen nicht. So, euer Feind ist mein Feind. Mit Vergnügen! Du kommst aber auch nicht an die letzte Truhe ran. Ich gehe! Ja! Gehen wir, mein Teurer! Das heißt, wir gehen zurück. Und ja, ich muss sagen, das war jetzt eine etwas lahme Plotgeschichte, dass der böse Magier, also Gartok, uns sagt, dass er an allem schuld ist. Also, er war es auch, der die Orcs aufgehetzt hat, dann. Er hat uns nicht geholfen, an der einen Stelle, er hat uns verraten. Er wollte da den Altar auch besudeln. Und ja, ich stelle mich jetzt eigentlich dumm, weil ich kenne ja die Story von dem Spiel. Gehen wir, mein Teurer! So, das heißt, bis auf die untoten Behausungen da oben, haben wir uns jetzt schon mal um alles gekümmert. Das heißt, wir können uns um... Ich habe doch gerade eben noch einen Bär gesehen gehabt. Ah ja, da. Ist das ein Bär? Was ist denn das? Das sind Fässer. Ach, deswegen. Nur Vögel sind schneller. Aber ja, ich kann auf jeden Fall hier drüben in den Hain gucken. Das hier sollte dann eher machbar sein. Ich. Eure Befehle? Gehen wir, mein Teurer! Ja. Gehen wir, mein Teurer! Vorwärts! Oh, ein Phantomkrieger. Die kommen aus dem... Gehen wir, mein Teurer! ...dien raus und, äh... Wollen uns auch noch böse... Töten! So, Zauberer und Schützen haben die nächste Stufe erreicht. Gehen wir, mein Teurer! Phantomkrieger, zwei Stück sind da drin. Okay. Ja! Ja! Nur Vögel sind schneller. So, sicherts aber ein Quicksafe. Nur Vögel sind schneller. Nehmt keine Gefangenen! Okay, jetzt habe ich auch einen Reiter verloren. Nein, habe ich noch nicht. Ja? Vertobstschwert. Gehen wir, mein Teurer! Okay, das nehmt ihr gleich mal. Gehen wir, mein Teurer! Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Mit Schwert und Ross. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts! Also, ja. Gobbos machen hier auch ihr Unwesen? Ha. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts! Nehmt keine Gefangenen! Eure Befehle? Vorwärts! Nehmt keine Gefangenen! Töten! Eure Befehle? Nur Vögel sind schneller. Ach, das sind sogar feindliche Bauern. Oh. Gehen wir, mein Teurer! Töten! Zum Angriff! Wir werden angegriffen! Ach, du meine Güte, jetzt kommt da auch noch ein Ogerschmetter, oder? Jawohl, ja. Skelette? Eure Befehle? Vorwärts! Nur Vögel sind schneller. Vorwärts! Ja! 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 Zum Angriff! Ja. Nur Vögel sind schneller. So, hier können wir uns auch gerade einwischen. Jawohl, Herr. Ist mir eine Ehre. Sind schon so gut wie da. Ja? Angriff! Ich brauche mehr Manna. Nun, wir wissen nicht. So. Nun, wir wissen nicht. Jawohl, Sir. Mit Schwert und Ross. Vorwärts! Gehen wir, mein Teurer. Gold und Stein. Und der Vorwärts ist mein Feind. Oh, ne, kann Tropen mit denen... Möchte ich eigentlich gerade nicht kuscheln. Gehen wir, mein Teurer. Deswegen lassen wir uns jetzt mal zurückfallen. Wir biegen jetzt endlich mal in Richtung Stadt ab. Vorwärts! Weil hier hinten scheint ja einiges los zu sein. Vorwärts! Gehen wir, mein Teurer. Oh, da oben ist eine Feenquelle sogar. Hm. Ja! Also, die Stadt hat Angebote für mich. Der gefährliche Kriminelle und Verräter Gartok hat vor dem Imperium und der Gilde der Magier in einer nahen Bergfestung Zuflucht gesucht. Unsere Gesellschaft ist klein, aber wir können nicht auf Verstärkung warten. Im Namen des Imperiums fordern wir für einen Sturm auf die Festung mehrere Trupps an. Der Angriff wird das Leben vieler unserer Krieger kosten. Und unsere Stadt ist stark geschwächt von den ständigen Angriffen der Briganten und Untoten. Solange die Situation in der Umgebung unruhig bleibt, können wir euch nicht helfen. Was, wenn ich euch von den Angriffen der Briganten und anderen Schwierigkeiten erlöse? Dann würden wir uns natürlich am Sturm auf die Festung beteiligen. Wir schätzen militärische Bündnisse. Gut, okay. Erst einmal das ganze Zeug, das wir so haben. Verkaufen. Ja. Ein Kettenpanzer für 1000 Goldstücke. Stulpenstiefel. Eine bellische Orks, räumt Höhlen. Oh, ich dachte schon, das wären Gobbos. Ja. Also erstmal euch. Wieder aufwerten. So. Dann hätte ich gerne... Trupp Schwertkämpfer. Und einen Trupp schützen. So. Ihr habt gut für unsere Stadt gekämpft. Jetzt ist es an der Zeit für unsere wichtigste Aufgabe. Erfüllt sie und wir werden genug Truppen für den Sturm auf die Festung sammeln können. Vor gar nicht langer Zeit erschienen im Westen hinter den Bergen Erzmagier, die ihre Seelen für die Macht über die Toten verkauften. Zuerst dachten wir, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern und uns nicht ärgern würden. Aber jetzt sehen wir, wie dumm wir waren. Die Magier wecken tote Krieger und sogar Bauern zum Leben und schaden sie um sich als eine Armee der Toten. Jetzt können nur noch ihr sie aufhalten. So. Räumt die Höhlen. Eine Ogre-Familie hat sich auf der Straße zur Festung niedergelassen. Direkt bei der Kreuzung. Ich hoffe, dass sie unter sich bleiben. Aber unsere Bauern haben nun Angst, zum Spreinbruch zu gehen. Befreit die Kreuzung von den Monstern und ihr erhaltet 500 Gold. Rebellische Orks. Die Orks von den Hügeln beanspruchen dieses Land als ihr eigenes. Ihr Häuptling sendet in regelmäßigen Abständen Teile ihrer Rebellenarmee aus, um uns von hier zu vertreiben. Sie wohnen in den Gebirgsläufern und hätten den Friedhof gesehen. Vernichtet sie und wir zahlen euch 100 Goldstücke. Ja. So, die drei Sachen könnten wir uns auch noch kaufen. Das sind dann 200 Gold nochmal extra. So. Äh... Gut. Wohin gehen? So. Jawohl, Sir. Ja. Ein Schild für euch. Wir dienen dem Kaiserreich. Mit Vergnügen. Ja. So. Nur Vögel sind schneller. Ja. Also ja, da haben wir jetzt einiges vor uns. Gehen wir, mein Teurer. Haben aber auch wieder eine kleine Armee jetzt. Und ja, darum kümmern wir uns als letztes. Wir klappern erstmal hier alles ab und dann die Trolle. Also erstmal gucken, hier oben ist ein Elfen-Ding. Ja, und andere Sachen. Also gut, aber erst einmal wird es wieder Zeit zu speichern. So. Und dann gibt es hier erst einmal einen Cut. Also, bis gleich.